Mit dieser neuen Minecraft-Mod könnt ihr unglaubliche Render Distance haben und das sogar mit einer richtig guten Performance. Der Berg hier hinten ist eigentlich nämlich gar nicht mal so nah dran, sondern in Wirklichkeit mehrere tausend Blöcke weit weg. Die Mod hier nennt sich Invideum und ist noch in Alpha und hat gerade mal 2000 Downloads. Ihr könnt damit unglaublich weit gucken, ich spiele gerade mit 150 Chunks Render Distance und habe trotzdem noch 160 FPS. Anders als Distant Horizons wird das Terrain auf die Distanz nicht schlechter, aber es gibt manchmal so ein paar kleine Artefakte, die man aber eigentlich eh nicht sieht. Das Ganze funktioniert mit einem eigenen OpenGL Shader, der nur auf Nvidia Hardware funktioniert, aber dadurch ist es einfach unglaublich performant und sehr 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 viel cooler als alles, was man sonst so gesehen hat. Ich meine, schaut euch mal an, wie viel man von dieser Map hier einfach gleichzeitig sehen kann und das ist bei weitem noch nicht alles, was hier geht. Also wenn ihr das Ganze mal testen wollt, dann go for it, denn...